Wo bist du denn jetzt hingegangen? Ja. Ja, ich komme. Gut, gut. Tju. Äh. Feuerball. Äh. Feuer Elementar. Ich könnte mal ein bisschen besseren Feuer Elementar gebrauchen. So langsam mal. Ey. Ey. Niremesischer Helm. Leichte Rüstung. Niremesischer Künas. Oh. Ja. Liegt daran, dass ich gerade nicht die richtige Rüstung anhabe. Ich habe ja noch die alte Rüstung an. Also. Zack. Äh. Wieso habe ich die... Ach so. So. Flüsch. Stiefel. Ach, der Künas ist aber schlechter. Künas. Das waren alle. Künas. So. Stahlschwert Stahlschwert Warte mal, der hat gerade 150 gekostet, ne? Ein irmesischer Schild Ähm, brauche ich wahrscheinlich nicht Bei wen haben sie hier angegriffen? Naja Egal Wegstecken Ich würde sagen, wir essen nochmal kurz was Bevor du weiterredest Sieht verdächtig aus Lass uns vorsichtig sein Dieser Turm da Ähm So Das waren alle Ja Ja Und was mache ich jetzt hier? Ah Ich wollte sie nur nicht drunter fallen lassen Nämlich die jetzt auch noch Edele Wildmagier rolle Oh Schick Ja Das Ding wollte ich jetzt zwar nicht mitnehmen Aber egal Was? Oh Wo sind denn hier jetzt noch Feinde? Stab des Feuerballs Oh Ah Ah Komm hoch Mein Lieber Und da kämpfst du gegen den Typen da Fokus kann hier Hallo Lass mich doch mal den treffen So Jetzt ruckelt es wieder hier so ohne Ende Das finde ich nicht so cool Stahl Deutsch Knochen Herzen ohne Ende Ja Ist hier nichts mehr Ja komm Hier war ich noch nicht drinnen Was ist denn hier? Was finden wir denn hier noch alles drinnen? Lesungstrank Unsichtbar Tranks Wasseratmungsdrank Äh Boah Ich habe schon wieder so viel Zeug dabei Haben wir hier oben noch was? Ja Eine Truhe Und was ist in dieser Truhe denn? Groschen 69 Ah Okay Gut 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 Nehm mich Verlass ich doch Einmal kurz So Da kommst du Schick 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 Okay Wart mal Die Mirimesen Ach wie geil Stimmt Ähm In Oblivion Sozusagen Waren ja die Die Mirimesen Oder Mirim Hat doch In Oblivion Gespielt Also diese Diese Total Version Bamm Tschüss Mein Liebe Runenhammer Noch mehr Runenbogen Einfach zu viel Gewicht Der Runenbogen Ach Goschen Ein Manatrank Ein Silberkerzenständer Ja Brauche ich jetzt nicht unbedingt Aber hier ist noch ein Lager Auf dem Weg Da Oh Auch Böse Auf uns Auch Böse Auf uns Oh Eisenpfeil Gut das Schild Wieder überleben Okay Ich weiß was ich mal mache Äh Da Eisenpfeil 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 Achso Lesen sollte man auch können Ne Aber Hier war noch ein Buch Drinnen Wert 80 Ernsthaft Es ist immer so ein Problem Ein Käselstück Und eine Kartoffelsuppe Und eine gebratene Ratte Das waren alle Äh Lebensenergie Natürlich Ja Rutschst du noch immer Hier runter Okay Wo müssen wir jetzt hin Zur Burg Also wir müssen Äh Hier rum gehen Oder Ich würde einfach Mal sagen Wir gehen hier rum Ja Was ist denn Das hier Was es hier nicht alles gibt Was es denn nicht Hier nicht alles gibt Das sind schöne Sachen Die es hier gibt Kann man so sagen Oh Was sind denn das Für Teile jetzt Die sehen irgendwie anders aus Die sehen irgendwie anders aus Ah Muskel Wo guckst du denn Deckt Stahlpfeil Stahlbogen Silberstahlbogen Hey Hey Hallo mein Lieber Nein Böse Wie man immer schön Wie man immer schön Die Konsole öffnet Ähm Ähm Decken Decken Was gibt es denn hier oben Ha Untote Vertriebene 47 47 Groschen 47 Groschen Schwert Schwert des Flammes Zorns Hier kann man so ordentlich was finden Wenn man anständig sucht Wart mal Lovizen Oh nein Das ist Bruder Gallius Was ist passiert Ich weiß nicht Durchsuchen wir ihre Körper Hab ich schon gemacht Anweisungen Gewand eines Ordenshüters Harnicht des Ordenshüters Güterlangschwert Der Schild Stiefel des Ordenshüters Ey Nein Nachher des Ordenshüters Ich wollte dem Boah Das gibt er aber auf jeden Fall Dich Naja So Was steht denn in den Anweisungen drin Wo stehen denn hier die Erstmal kann ich den Anweisungen Da steht es doch Äh Wir stehen von seltsam Wir glauben Das ist Ich Ohren braucht es Okay Okay Ich freue mich